Das konnten wir mit dem LKW ja nicht. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber so gewinnen wir an Speed. So, und wir sind wieder bei der Trucking-Firma und nehmen die letzte Mission entgegen. Nachher wird jetzt auch so ein Geschäft, wo wir Kohle abholen können. So, Trucking. Hochgradig illegale Ware, Lieferadresse Las Venturas Airport. Wir nehmen natürlich wieder die Abkürzung. Beziehungsweise nicht die Abkürzung, den Schleichweg. Nein, Scheiße. Wir machen die Mission natürlich gleich nochmal. Moment mal, schnell, jetzt ist mir gerade was in den Sinn gekommen. Ich Idiot. Ich habe einen groben Fehler gemacht. Ich habe einen ganz groben, blöden Fehler gemacht. Ich habe einen Blick in den Kart. Es tut nur leid. Es tut mir leid, Entschuldigung. Ich bin nicht der Dämpferang. Ich bin nicht der Dämpferang. Wir sind in die falsche Richtung gefahren. Moment mal schnell. Jetzt kommt der Tunnel und dann sehen wir sie los. So, jetzt sind wir unsere Verfolger los. Wir fahren schön jetzt unter Los Santos durch. Wir kommen dann bei der Unity Station. Ich weiss gar nicht, wer die Station heisst. Unity Station oder so. Kommen wir raus. Dann fahren wir kurz in den Bogen. Und dann gehen wir wieder in den Berg. Dann fahren wir unter den Badlands hindurch. Nach Las Venturas und kommen dann in Las Venturas wieder raus. Ganz einfach. Ja, weil ohne diesen Trick würdest du es fast nicht schaffen. Also, weil die ganze Zeit dich die Bullen jagen und Hubschrauber auf dich schiessen. Und jetzt kommen wir schon raus. Wir bleiben aber. Fahrerskills. Okay, gut. Wir bleiben aber auf der Bahnlinie. Wir bleiben aber auf der Bahnlinie. Wir haben alles, alle Strassen abgesperrt, außer die Bahnlinie. Es ruckelt wieder ein bisschen. Oh, Zug. Das war aber knapp. So, es war eine Ruckelpause oder Hubschrauber ist die über uns, aber nicht mehr lange. Hey, was ist jetzt das? Wieso brenne ich? Wieso habe ich jetzt plötzlich gebrannt? Wieso habe ich jetzt wieder meine verkackten Hosen an? Nein. Du sollst was anziehen, Junge. Zuerst mal die schwarze Trackinghose. Dann die Sonderkleidung, Notarztkleidung, ländliche Kleidung. Ja, und die Kette passt nicht wirklich. Nein, ausziehen wollte ich sie. Ja, oh, scheiße, nein. So, es ist ein bisschen umständlich, das An- und Abkleiden hier. Jetzt fehlt noch so ein Hut, so ein richtiger, so ein Käppi. Das fehlt jetzt eigentlich noch. So ein Trucker-Käppi. Wir sind in der Wüste und haben kein Transportmittel. Nichts. Aber dafür eine Strasse. Warte mal hier. Hey, nicht so schnell fahren. Nur bis ich das nächste Motorrad rammen kann. Warte mal schnell, welche Route muss ich... Ich muss geradeaus, ich muss die linke... Die linke, ja. Nein, die müssen runterfallen. Ja, genau. Ich habe wahrscheinlich auch gar was gesehen. Stopp, 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 stopp. So kommen wir nämlich auch schnell. Ohne Gegenverkehr. Also wenn der Zug nicht kommt, kommen wir hier ohne Gegenverkehr nach, äh... Also zur Trucking Station. Aber immer so weit fahren, kackt mich ehrlich gesagt ein bisschen an. Wieso haben die mich in Brand geschossen? Das ist ja unglaublich. Sollten das machbar sein, wenn die einem direkt in Brand schießen? Vielleicht sollte ich doch diese Route nehmen. Nein, dann ist man auch relativ lange draussen. Ich muss die andere Route nehmen. Ich muss die andere Route nehmen. Da sind die noch so schön dem Zug ausgewichen und dann schiessen mich diesen Teller in die Hand. Das gibt es gar nicht. Hoffen wir, dass wir das zweite Mal mehr Glück haben. Trucking. Illegale, hochgradige, illegale Ware. Helipareser Whitewood Estates. Wo müssen wir hin? Whitewood Estates. Hier. Die Bahnlinie fährt. Hier entlang. Ist ja direkt an der Bahnlinie. Das heißt, wir sollten doch wieder diese Route nehmen. Geiles Bild. Manko Juice. Aber dafür gibt es 10.000 Bücken. Was ist dein Problem? Das ist ein Problem. Das ist eine Waffe. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ich kann nicht glauben. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ich werde immer die Hand against. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. So viele Züge auf einmal kommen. Das schaffst du, das schaffst du. Ja wunderbar. Das schaffst du, das schaffst du. So, abgehängt. Ich hoffe es kommt wieder ein Zug. Das schaffst du, das schaffst du. 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 Das schaffst du. Das schaffst du. Das schaffst du. Das schaffst du, das schaffst du. Das schaffst du, das schaffst du. Das schaffst du, das schaffst du. Das schaffst du. Das schaffst du. Gut. Oben gerade ist Polizei. Oh, der Zug. Scheisse. So, jetzt muss ich mal eine Ladung holen. Was ich rauche, das irritiert mich ein bisschen. Wir müssen nur wieder in den Tunnel, dann sind wir quasi safe. Safe bis auf den Zug. Aber es bringt nichts. Aber es bringt nichts. Es darf einfach kein Zug mehr kommen. So, shall we? The Midi Gun. So. 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 So.